Und dann wollen Sie so einen weiteren Ticket-Video, ich habe da echt meinen Spaß dran gefunden, euch gefallen es ja scheinbar auch, also lege ich mal direkt los, auswärts in Mainz, die falschen Neuen liefern uns die Daten, die Zuschauerzahlen waren 5000 Fans dabei, sehr sehr geil für Berlin stehen diese Zahlen leider noch aus, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, werden wahrscheinlich so 3000 bis 4000 gewesen sein, apropos Berlin, morgen Abend schon, aber es gibt noch Tickets, auch für wirklich sehr wenig Geld, auch mit viel Ermäßigung und so weiter, da kann man wirklich für 5 Euro oder unter 5 Euro ins Stadion kommen, ist U17 gegen Hertha, U17 Hinspiel, Halbfinale, Deutsche Meisterschaft, wer da unsere Jugend unterstützen will, im Garzi-Stadion kann das gerne tun, gibt es noch Tickets, richtig, ja, Erstliga-Fußball, unser harter Erstliga-Fußball, den wir uns aktuell geben, geht weiter am Samstag gegen den VfB Wolfsburg zu Hause, freier Verkauf ist da auch schon länger gestartet, sieht auch wirklich sehr ordentlich aus, wie das Ding verkauft ist für ein Spiel gegen Wolfsburg, sind wir mal ganz ehrlich, VfB hat heute auch die Daten gemeldet, heute am 26. April, 50.000 Tickets sind vergriffen bisher, da einmal die Frage, gilt da schon das mit rein, was die wissen, was aus Wolfsburg kommt, oder sind das halt wirklich nur unsere Heimtickets, bei dieser 10%-Regel haben die ja so 5.000, 6.000 Karten normalerweise, die Wolfsburg-Fans, oder könnten sie sich nehmen, wenn sie sie denn nehmen wollten, ich erwarte mal nicht, dass da viel Auswärtsupport kommt aus Wolfsburg, so zahlenmäßig, weil sonst, wenn das nur unsere Heimtickets sind, die da rein zählen, dann sind das ja schon 50.000 von maximal möglichen 54.000, 55.000 Heimtickets, die wir vergeben können, das wäre schon sehr, sehr stark, und wie gesagt, das Ding geht noch bis Samstag, wir spielen erst am Samstag, wir haben jetzt Dienstag, das Spiel wird auch nahezu ausverkauft sein, dann zum Anpfiff quasi, auswärts nach München, geht es die Woche drauf, ich bin auch am Start, 8. Mai ist ein Sonntag, 17.30 in München, und da finde ich es sehr interessant, wie krass wir unser Support ist, weil man sieht es hier, offiziell bei den Bayern Sitzplänen in Allianza-Rädern, schreiben sie zu den Gästeblöcken den Hinweis, dass sie sich im Oberrang befinden, Block 340 bis 347, und je nach Ticketabruf, also je nach Nachfrage vom Gastverein, noch den Mittelrang, Block 242, schauen wir bei uns, stimmt, wir haben, 340 bis 347 haben wir, dazu Block 339, in dem ich auch bin, und eben zum Mittelrang-Block 242 haben wir auch noch 43, 44, 45 und 46, aber wir haben so gesehen, 4 beziehungsweise 5 Bonusblöcke bekommen, und die sind auch jetzt schon wirklich sehr, sehr gut weggegangen, wir haben bisher Mitglieder- und Dauerkartenverkauf, morgen früh startet der Freiverkauf, also am 27. April ab 10 Uhr startet der Freiverkauf, da würde wahrscheinlich der Rest auch noch weggehen von den Tickets, die hier noch übrig sind, klar, von diesen Blöcken jetzt hier, 242 zum Beispiel, 347 gibt es immer wieder so Blöcke, wo man irgendwie noch 2 verfügbare Plätze aufploppen, 7 noch oder so, aber hauptsächlich noch im Verkauf sind 243 und 244, so insgesamt, ja, 700 Karten, 800 Karten sind noch so grob da, weil wir eben auch noch, die Karten habe ich mit eingerechnet, den Block 328 haben, der ist irgendwo zentral, Oberrang mit Traumblick aufs Spiel, aber eben ewig weit weg von unserem Auswärtsblock und kostet auch 72 Euro, ganz wild, aber der hat sich trotzdem auch bisher gut verkauft, generell München echt nicht billig da hinzufahren, also Eintrittskarte, Oberrang, also alle Blöcke, die mit einer 3 vorne starten, sind bei 37 Euro, fairerweise muss man sagen, wahrscheinlich ist das so grob 346 bis 342 so grob, oder 345, 44, 43, irgendwo da oben in der Ecke ist halt der offizielle Stehbereich oder Stehblockbereich, auch wenn sie keinen Stehblock haben, wie in Berlin, überall Sitzschalen, aber preislich hätte es schon Tickets gegeben für 17 Euro, aber da kam man halt nicht ran, die sind alle schon weg, die waren gar nicht erst hier im Verkauf angegeben mit 17 Euro, im VfB-Verkauf auf der Seite über VfB Away kommt man da noch ran an Karte, Gästeblöck 17 Euro, aber die werden halt eben alle schon weggegangen sein an Ultras, Fanclubs und so weiter und so fort, da oben ist eben dann quasi das Stimmungszentrum, alle Blöcke, die mit einer 2 anfangen, also im Mittelrang, sind sogar bei 47 Euro, aber auch das hält uns nicht davon ab, die Dinger werden gut weggehen, wir haben morgen noch einen freien Verkauf, wie gesagt, bisher nur Mitglieder und Dauerkartenbesitzer, die werden auch noch weggehen, weiß ich, ob nochmal einen extra Block dazu bekommen, keine Ahnung, aber da werden halt auf jeden Fall 7, wenn nicht sogar 8000 VfB-Fans dabei sein, unfassbar, ob wir auf dem Platz groß was gewinnen, ist die eine Sache, aber auf den Rängen werden wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen, das wird hoffentlich ein sehr, sehr geiles Support, in München haben wir dann auch das Motto mit alle im Trikot, worauf man ein bisschen achten muss, habe ich auch darauf achten müssen, beim Kauf von meinen Bahntickets, das ist eh ganz schwierig von Ansbach da hinzukommen, aber das ist eine andere Geschichte, irgendwie sehr, sehr umständlich, ich hoffe, das wird alles klappen mit Umsteigezeiten und so weiter, aber es gibt nicht viel Auswahl dahin, aber was eben auch nicht so der Fall ist, was wir vom VfB kennen, Eintrittskal zum Stadion heißt, du kannst mit der S-Bahn da locker flockig, ich glaube, 3 Stunden oder sogar 5 Stunden vor dem Spiel und nach dem Spiel mit der Bahn fahren, das geht in München nicht, es gilt nicht als, in dem Fall, MVV-Ticket, soweit ich das alles recherchiert habe, gilt das einfach für nichts, das Bayern-Ticket, weil die eben auch hier Stadion ja irgendwo am Arsch der Welt an irgendeiner Autobahn haben und scheinbar eben sich einfach die Nachfrage nicht lohnt, um da sowas noch mit anzubieten im Ticket, also, wenn man jetzt zum Beispiel vom Hauptbahnhof zum Stadion will mit der S-Bahn, dann, das gilt mit dem Ticket nicht, das gilt wohl scheinbar für absolut nichts, dieses Ticket außerhalb für deinen Eintritt. Letzter Spieltag zu Hause gegen Köln, gab es schon lange die Meldung, dass das nicht in den freien Verkauf geht, im Vergleich zu Wolfsburg geht nur noch, die wenigen von Bayern-Tickets gehen nur noch an Mitglieder- und Dauerkartenbesitzer, wenn man im Blockplan reinschaut, scheinbar reinschaut, das Ding ist auch praktisch ausverkauft, ist ja auch nichts Besonderes. Letzter Spieltag, Nummer 1, immer schon attraktiv, besonders beim Wetzelsberg reinzugehen, Nummer 2, als die Tickets rausgekommen sind, und auch immer noch, kann ein sehr entscheidendes Spiel sein für den Saisonabschluss oder Saisonverlauf mit einer möglichen Relegation dahinter. Plus eben Köln ist auch nochmal deutlich, deutlich attraktiver, auch von Auswärtsfans, die mitkommen, als eben auch Wolfsburg. Das Ding ist auf jeden Fall ausverkauft, wenn das dann eben angepfiffen wird. Mitte Mai, was wir auch dann Mitte Mai haben, 20.05. zum Abschluss auch nochmal attraktiver Jugendfußball, ist U19-Defiupokalfinale Stuttgart gegen Dortmund in Potsdam. Da gibt es auch Karten, die, ich glaube, auch gar nicht so unbedingt so teuer sind, dass wer da hinfahren will und unsere U19 unterstützen will zum Pokalsieg der Junioren. Kann er sehr gerne machen. Lasst mir gerne in den Kommentaren da, wo ihr am Start seid, wo ihr noch Tickets habt für den Rest der Saison. Ich werde mal gucken, ob ich da nochmal ein Ticketvideo machen muss, irgendwann zum Thema, wie kommt man zu unserem Relegationsspiel. Aktuell wäre das Darmstadt, das wäre gar nicht so schlecht vom Hinkommen vom VfB aus oder von Stuttgart aus. Mal gucken, ob wir denn auf 16 bleiben, ob wir uns nochmal hochretten. Das nochmal Stoff für andere Videos diese Woche noch kommen werden im Vorlauf zu Wolfsburg. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.